Willkommen mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles ja dieses Projekt gibt es auch noch und ja in der letzten Folge haben wir es mit Maximilian und Silvari aufgenommen Valkyria Chronicles habe ich voll verpasst jedenfalls wir sind Kapitel 8 The Woodlands Snare was auch immer das bedeutet irgendwas im Wald und irgendwas mit schleichen und so irgendwie so was ja wir beginnen was passiert jetzt in Kapitel 8 nachher überraschungsangriff stand da oder so mal gucken Die das ist jetzt schon wieder los man so wie im krieg naja was ist denn jetzt schon wieder passieren mann welken und alicia wurden irgendwie angegriffen oder sind in der falle getappt und ja leben die noch ja 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 Ja, ich habe mich geholfen. Hier ist... die alle die Schöne. Sie haben sich mit der 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 Schöne. Ich glaube... Ich habe keine Schmerzen, also kannst du gehen? Ich denke, ich bin okay, aber... Ich habe ein bisschen... Ich habe mich verletzten, wie ich mich aufhörte. Aber ich bin okay, aber ich bin okay, weil ich mich aufhörte. Ich glaube, dass ich mich aufhörte, aber ich kann mich aufhören, aber ich kann mich aufhören. gut schleichen das kann sehr schön werden so und da werfe ich mal meine tradition über bord immer nur katzis und dann kampf zu machen weil für drei minuten mache ich jetzt bestimmt nicht ein video deswegen gemeint sie rein die flucht vom wald was weiß ich sehr lange irgendwie nicht aber naja wir müssen uns hier ausschleichen das kann er hat werden ich habe die mission noch gut im kopf wir haben nur zwei einheiten hier deswegen sind wir in unserer positionen bestimmt wir müssen das ziel erreichen und von dort flüchten wir können weniger sehen weil es dunkel ist und also wir können weniger sehen als wir es gewöhnt sind wir können die sichtlinie von gegnern nicht so schnell entdecken und wir können sie auch nicht im action modus sehen wir haben auch keine fehle also muss man vorsichtig sein okay alicia stirbt in roter schrift und welchen stirbt wir sind eigentlich nur von a nach b rennen ohne zu sterben dann ist alles okay kein problem nicht ist ich habe es nicht so gut dass wir uns nicht mehr so gut wir haben es ist das wir haben wir haben okay ein mortar was hat das zu bedeuten wolken erklärst uns ja erklärst uns keine ahnung erklärst uns welchen das erklärt natürlich alles diese kreise sind böse da dürfen wir nicht einlaufen du willst vorgehen meinetwegen okay so wir können uns jetzt auch ein bisschen langsamer nur fortbewegen was auch ein bisschen blöd ist aber ja warum ist die kaputt das ist eine mine dürfen wir nicht rein in der dürfen wir nicht rein laufen das wäre nicht so toll so man kann es natürlich schneller laufen und viel besser wer oder was ok erklärst uns ein lucifer ich glaube dafür ist es schon zu spät wir haben uns schon entdeckt die schießen schon auf uns treffe ich dich von hier aus ich komme an die hat an führt mich so ha 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 view event ah ok damit können wir die schaden das ist doch mal geil wo seid ihr hallo na ha 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 dann hätte es nicht gedacht ne habe ich getötet also ich muss ja ruhig sein ok da ist noch eine mine das ist schön ich habe es noch da rein wir laufen so keine um hallo aber jetzt muss erlich haben wir auch schaffen wir das nach mehr wir können ja rum da ist glaube ich nichts mehr seine nächsten runde oder schaffen hat jetzt noch mehr schauen wir nicht mal man so viel action wird jetzt nicht passieren ja gerade vielleicht schaffen wir sogar noch in dem part das wird auch geil ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich habe ich glaube das wird noch ein bisschen schwierig ja aber wenn man geduld hat und ein bisschen köpfchen dann schafft man hat wenn man sowas hat naja ist gut bin ich froh wenn ihr alle tot seien wir mischt denn da die ganze zeit was soll denn wer zerstört denn hier die natur diesmal da hinten okay ehrlich schaß heule dich kann nicht so weiter gehen etwa die ganze zeit so umlaufen ach ich muss mit welchen auch noch hier hin oder was mein gott ok da mache ich aber die kanad hier noch kommt die mine kaputt stier mine das war sehr effektiv was warum hat das nicht geklappt was soll hat denn ok erklärst du uns welchen das würde jetzt das wird das ist das wird 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 das ist brücke könnten war glaube ich noch es ist torliebhaber ah viel Ich hab' mit dem Platz verabschiedet, und ich hab' mit dem Platz verabschiedet. Ich hab' nicht gemerkt. Ich hab' nicht gesehen. Ich hab' den Platz! radischer sieht man nicht umgeknickt oder gebrochen oder abgetrennt aus übertreibt man nicht wo es herbert wenn wir brauchen okay alles klar was ist wer läuft denn da hin und her aufpassen obwohl eigentlich nicht eigentlich müssen wir töten ist man eigentlich mit beiden charakter in der land könnte ich nicht einfach mit welkin voraus gehen online sie zerstören schon wieder die natur aber die mien die stehen noch habe ich gesehen die mien die liegen noch da darf noch nicht wahr sein nicht in die mine treten nicht in die mine treten ich mache mich nervös eine granatenschuss ausgehalten so oh gott oh gott the tension it kills me whoa whoa minen nein doch oh mein da kann ich glaube nicht lang so wir müssen jetzt gleich hier durch sonst werden wir von dem mordtag getroffen und das ist nicht schön weil die tun weh bin ich mir sicher ich hoffe wir überleben dass wenn wir eine würdest du ein verdammt sehe ich nicht sie hat doch nix da wo ist denn das so einer weniger ist nur ein übrig glaube ich ich gewinne weiß nicht soll ich noch ein bisschen weiter vorgehen oder warum ist hier irgendwo noch so da ist eine pflanze geil okay dann jetzt nur noch mit der lüscher aus den gefahren bei euch heraus wieder wohl noch zu machen sein ja dann haben wir schon leichter schafft man locker in diesem part ja okay schaffe ich darf es sein ich glaube nicht ich war ja irgendwo da war doch die pflanze wieder eine runde überlebt und wer du verbaust jetzt die drei dinge an ich habe ich kaputt meine zuschauer die warten hör auf damit das ist nicht nett danke nein die natur zerbomben die einfach alle bäume war hat jetzt noch näher sagen wir kennen eigentlich die lichter einfach ausknipsen da wäre doch am besten okay na verdammt ich muss doch mit 2 teile die mord sagt ich muss damit erst mal da sein damit welcome muss ich das dinge ansprechen das ist so kacke habe ich jetzt nicht dran gedacht so schnell ich glaube ich gehe mal so lang so rum muss man besser schaffen okay jetzt muss ich extra nochmal zu welken hier wechseln damit das ding hin geht vielen dank hey guck mal eine poli wie auch immer die heißt poni ging ins kirchen poni sera genau das wollte ich sagen das wusste ich das ist so schwer einzusetzen wenn die mit ihren sätzen fertig sind man nicht so aber oh mein gott ich erreiche dich nicht ist das dein ernst warum musst du dafür aufstehen warum musst du dafür aufstehen oh god oh das hat es voll gebracht es kann echt nicht das darf doch nicht wahr sein ja dann würde ich mal sagen mal das jetzt so schön in einen part gepasst ne aber ne dann würde ich sagen wir sehen uns dann wieder wenn ich nochmal an dieser stelle bin und dann machen wir von da aus weiter ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss